In Kulmbach-Lehenthal züchten wir gesunde, wesenfeste und robuste Terrier. Der Australian Silky ist ein liebenswerter, anhänglicher und freundlicher Familienhund. Er haart nicht und ist deshalb auch für Allergiker geeignet. Eine Ahnentafel bestätigt Ihnen, dass die Welpen aus einer kontrollierten Zucht mit den geltenden Gesundheitsauflagen kommen. Auch nach Abgabe der Welpen sind wir Ihr Ansprechpartner und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie diese liebenswerte und besondere Rasse kennenlernen möchten. Vielen Dank.